Hallo ihr Lieben, ich bin's, Julia Fuidea. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Moderatorin und Model und in meinem Leben passiert so einiges und ich habe mir gedacht, ich nehme euch da einfach mal mit. Ich nehme euch mit zu verschiedenen Events, zum Beispiel zu einer Modenschau, zu einem Shooting, zum Radio und ihr bekommt exklusiv Einblicke, die sonst niemand bekommt, außer die Leute vor Ort, wie zum Beispiel Direkteure oder Fotografin und Visagistin. Also seid auf alle Fälle gespannt, ich habe so einiges für euch vorbereitet. Liked meinen YouTube-Kanal für die neuesten Videos, damit ihr ja kein Video verpasst. Liked meine Facebook-Page, da bekommt ihr alle neuesten Infos und folgt mir auf Instagram, mein Leben in Bildern beschrieben. Ich freue mich schon, bald geht's los, seid gespannt. Ciao! Heute nehme ich euch mit zu einer Fashion Show, die ich moderieren darf. Ja, da werde ich mal Backstage sehen, wie das so abläuft.